Wahrscheinlich ist die Eisbrücke schon lange aus und ich hätte einfach das normal machen können. Ja, da sind sie wieder. Entweder sind sie wieder da oder jetzt erst da. Momentum trägt mich dann weiter. Was ist eigentlich noch real? Was ist eigentlich noch echt? Und warum ist da schon wieder eine Biene in der Flasche? Das ist diese Richtung. Das kann doch nicht so scheiße schwer sein. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Jetzt geht der Gefeks rein. Ich mach's mit dem Pause-Buff, ist mir egal. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich krieg's legitim nicht hin. Es ist das schwerste auf der... Was hab ich mir dabei gedacht, ey? Was hab ich mir dabei gedacht? Okay, ja machen wir klitscht. Oh Mann, ey. Oh, das ist die dümmste Idee, die ich jemals hatte. Oh mein Gott. Geh doch einfach in die scheiß Wand rein. Du kannst fliegen. Geh, es braucht zwei Bomben. Zwei, bitte. Ich frag ganz lieb, ob bitte zwei Bomben. Eine für jetzt und eine für danach nochmal das Ding aufzusprengen. Sonst muss ich halt hier stehen bleiben. Es gibt keine Option, ja? Ich kann dich noch lieber fragen als... ... So you know that we're out there I need your help I don't know if it helps us Please kill me I mean not even the character Just kill me Just come to me and kill me Bitte einer von euch sich erbarmen und mich töten Bitte Nein Okay Trini will remember this Ich schaffte es schon What the fuck What the fuck wollt ihr mich verarschen? Ich war auf doch 600 plus Das ist doch ein Joke jetzt Meint ihr das ernst? Das waren über 100 Coins die ihr jetzt dafür ausgeben habt War es euch das wert Chat? War es euch das wert? Niemals Ich glaube euch nicht Jeder sagt, dass es das wert war Der lügt Oh Mann ey Machen wir hier was anderes Chat bitte Ich bitte euch Ihr wisst genau was ihr getan habt Ja ich hab's gesehen Ich fand's unheimlich lustig Und jetzt möchte ich bitte eine einzige Bombe haben Oh okay Da ist sie Bitte Wer auch immer Die eine Bombe direkt wieder removed hat Ja Seid froh, dass ich eure Namen nicht da unten lesen kann Das war sehr frech Das war wirklich frech im Move Ja, hallo Zum Glück sind die Kuckus weg Und wo war das jetzt fair? In welcher Welt war das jetzt fair? In welcher Welt war das jetzt okay? Bitteschön